RB Leipzig hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewonnen. Die Sachsen bezwangen Freiburg mit 5 zu 3 nach Elfmeterschießen. Die Siegesfeier im Berliner Olympiastadion wurde allerdings von einem medizinischen Notfall überschattet. Notärzte mussten eine zuvor kollabierte Person in der Nähe der Leipziger Bank reanimieren. In gespenstischer Stille kämpften die Einsatzkräfte um das Leben. Nach rund 20 Minuten und dem Einsatz von Defibrillatoren und Herzdruckmassagen konnte der Patient stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dieser dann doch guten Nachricht wollen wir auch einmal auf das Spiel schauen. Denn Freiburgstraum auf den ersten Pokal, der ist geplatzt. Der Triumph war dann im Elfmeterschießen auf jeden Fall Geschichte. Wir sehen stattdessen die Leipziger, die sich freuen. Trotz Unterzahl konnte man das am Ende also noch schaffen. Die Leipziger Partynacht ging dann erst richtig los. Aber wir haben gewonnen! Pokal! Leipzig, der gehört uns! Schwein gehabt. Es hätte besser laufen können. Freiburg hat nachgelassen. Nach 60 Minuten, klar, hat das Spiel aus der Hand gegeben. Bisschen enttäuscht. Auf jeden Fall ein packendes Spiel und am Ende bin ich froh, dass Leipzig gewonnen hat. going zur夢. Leipzig, der gehört direkt was noch nicht.